Halleluja Halleluja, 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 Halleluja Doch taft er das der Öffnungsandacht und ruchte Pelle des Jeunes um Uffangsweekend. Genut er eine ganz Reihe verschiedener Masse für sämtliche Landestähler, gerade weil Spezialmasse, weil beispielsweise Militärmasse. Immer mal zum dritten Oktav, präde schon an das der Steuart des Kathedrals Postauer Henri Hamus, weil das der Oktav für ihn. Es gibt in der heutigen Form der Verehrung der Richterinnen, die von ungefähr 1624, das ist traditionell und gemeinschaftlich und kirchlich. Ich möchte so ein ganz persönliches Erlebnis von den einzelnen Leuten, die hierher kommen. Ich bin, dass immer Leute kommen mit Tieren, solche mit dem, was aufzulösen. Eine Kirche zu Lützeburg will dann noch eine Kirche vom Akkai sein. Der Motto von der Oktav 2011 ist, bleibt bei uns her für eine Kirche, die oben aus einer Laustadt. Aber eine öppene Kirche muss in der Alltag schaffen, sie den durchaus kritischen Oktav-Priade-Jean. Ich denke, der Motto war so rücksteckgebild. Bleibt bei uns her für eine Kirche, die mehr öppet ist, dass sie an der Laustadt kann. Bleibt bei uns für das, dass sich auch verstärkt geschieht, sie verständlich hat sie kein Ziel. Und ich meine, ich kann nur so eine Kirche als Nachttags nicht öppet. Die Kirche läuft dort nicht genug. Aber das ist eine Vision, dass sie das immer mehr geben soll. Noch ein Wunsch, noch ein Willen. Kirche zu Lützeburg, St. 50, während der Oktav 2011 Anhängerzucht Werdezustand erüben. Der Werdezustand, auf der Nennung von einem neuen Bischof, und dass das alles so ein bisschen eine Spannung, eine Spannung, die dann noch ein bisschen nicht lähmt, wie ihr seht. Einstweilen machen wir noch keine extra Sachen mehr Werdes, bis wir dann den Impuls von dem neuen Bischof kriegen. Die zwei Wochen von der Oktav sind für viel Gläwischer eigentlich wichtig Zeit am Jahr. Aber das ist für viele andere Leute, für alle Morangflot-Traditionen, die sie von kleinem auch kennen. Dazu gehören natürlich auch die Märchen und Knudler. Aber was sollen die Leute aus der Oktav mit heben holen? Den Henri Hamus. Das tut mir längere Bischof, so darf man ihn nicht ganz Stuben reinlassen. Der Tisch muss ihn nicht perfekt ziehen, für an das Hausrand zu kommen. Das ist einfach willkommen. Das soll ihn nicht besser lieben. Also wenn man das besser rüber bräuchte. ein Gritten. ... Amen. Amen.